Hallo und Herzlich Willkommen bei Tech Bros. Heute im Video das Unboxing zur Playstation VR. Das ganze ist jetzt schon eine Zeit lang draußen. Mein Kumpel hat sich das ganze gekauft. Der Paketinhalt ist mega groß. Ihr seht auch selber, dass das Paket eine stolze Größe hat. An der Seite haben wir das Playstation Logo. Vorne Playstation VR Zeichen. Oben steht nochmal Playstation VR. An der Seite welche Spieler dabei sind. Kompatibel sind Resident Evil. Dann Gran Turismo Sport. Ridge. Keine Ahnung was das Spiel ist. Das sieht irgendwie cool aus. Und Batman. Auf jeden Fall, das ist wirklich krass die Größe. Ich kann euch mal den Paketinhalt vorlesen. Weil da ist auch wirklich viel drin. Haben wir erstmal das VR Headset. Dann die Prozessoreinheit. Anschlusskabel für VR Headset. Netzanschluss, Netzkabel, HDMI Kabel, USB Kabel, Stereo Kopfhörer, Ohrpolster, Demodisk, gedruckte Materialien und Reinigungstuch. Also übertrieben viele Sachen mit dabei. Aber redet man nicht lange, packen wir das ganze auch schon aus. Irgendwo habe ich hier das Messer. Das Ganze gibt es aktuell für 399 Euro überall. Könnt ihr mal nachschauen. Gleich im Internet ein bisschen günstiger. Und das Ganze sieht schon mal cool aus. Kann man das hier auch rausnehmen? Das ist so Playstation typisch. Nochmal eine Umverpackung. Sieht aber ziemlich cool aus. Und dann öffnen wir das Ganze. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe selber noch nie ein Unboxing gesehen dazu. Deswegen ist das hier alles Neuland. Wow, das schaut geil aus. Das ist ja mal cool. Dann nehmen wir hier mal raus, was ist das? Quick Start Guide. Ach, hier steht alles drin. Also wirklich, da haben sie sich Mühe gegeben. Alles farbig. Wie man das Ganze anschließt. Die Playstation Kamera ist nicht mit dabei. Die wird aber benötigt. Und hier sehen wir schon, wie es weitergeht. Also echt ziemlich cool. Hier drin haben wir als erstes den Netzstecker. Damit das Ganze auch Strom hat. Legen wir das mal zur Seite. Als nächstes, das hier ist nichts. Können wir das hier rausnehmen? Das ist wahrscheinlich die Prozessoreinheit. Ah, das ist sogar einiges. Schau mal. Das hier ist ein USB auf Micro USB Kabel. Als nächstes haben wir hier das Headset von Sony. Habe ich auch noch nicht gesehen so. Als nächstes haben wir, ja ich glaube das ist nochmal so ein Stromadapter. Was man dann das erste Netzstecker dran tut wahrscheinlich. Und das hier ist die Prozessoreinheit. Sieht auch ziemlich cool aus. Das ist so ein Playstation 4 Logo gehalten. Können wir mal anschauen. Ach, das sind sogar Zweiteile. Kann man das abschicken? Das lässt sich so verschieben. Da muss man gucken, was da so aussieht. Also sieht ziemlich cool aus. Hier haben wir USB Port, wenn man das sehen kann. USB HDMI Port. Hier nochmal die Playstation Symbole. Hier steht Sony. Oben Playstation Logo. Hier steht nochmal HDMI TV und HDMI PS4. Also wo was reinkommt. Eigenen Lüfter auch mit dabei. Legen wir mal auch zur Seite. Dann sehen wir mal, was sich noch so hier drin verbirgt. Also wirklich ziemlich viele Sachen. Hier haben wir die Playstation VR Demo Disc. Tester 8, aufregende Spiele. Also cool, dass es dabei ist, ganz ehrlich. Demo Disc sind immer cool. Kann man sich mal einen Einblick ins Spiel holen. Hier haben wir nochmal ein Booklet. Hier haben wir auch nochmal ein Booklet, aber nicht farbig. Also eher langweilig. Hier haben wir das reine Jungstuch. Weil sieht ziemlich cool aus. Kann man das sehen? Mit den Tasten von dem PS4 Controller. Aber ziemlich klein. Hätte ich mir was größeres erwartet. Aber auch cool, dass es dabei ist. Und wir haben immer mehr Kabel. Hier haben wir ein HDMI Kabel. Ein ziemlich kurzes. Ich glaube 1m oder 1,50m. Dann haben wir hier noch ein HDMI Kabel. Das ist schon länger. Das ist cool. Und noch irgendwas, was da drin ist. Schauen wir mal, was das hier ist. Schauen wir mal nach. Ah ok. Nochmal. Das kommt wahrscheinlich an den Prozessor einer dran. Also das wird ein Spaß, das Ganze anzuschließen. Wenn man das sagen will. Und dann können wir das hier zur Seite nehmen. Und hier kommt das Herzstück des Ganzen. Legen wir mal das zur Seite. Haben wir noch was in der Box oder nicht? Das schaut nicht so aus. Ne, sonst ist es leer. Dann können wir die Box mal zur Seite legen. Und wir widmen uns mal dem Glanzstück hier nochmal eingepackt in Folie. Und wir öffnen das Ganze mal. Boah Alter, das schaut geil aus. Das schaut wirklich geil aus. Also der erste Eindruck ist mega. Es ist, es hat ein gutes Eigengewicht. Es ist nicht zu schwer. Es ist nicht zu leicht. Also es fühlt sich echt wertig an. Hier kann man das Ganze verstellen. Also für den Kopf genau anpassen. Hier haben wir da, wo es dann leuchten wird. Am Ende. Und, also wie gesagt, es schaut ziemlich cool aus. Wenn ihr das mal testen wollt bei Saturn und Mediamarkt. Die haben so Ausstellungen. Da könnt ihr das Ganze mal anspielen. Falls ihr es noch nicht gewusstet. Und ja, das soll es gewesen sein zur Playstation VR. Ich werde euch mal ein Review dazu noch machen, wie das Ganze so ist. Und ich freue mich jetzt schon drauf, da mit meinem Kumpel zu zocken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao. .